Ja, was ist? Oh, kommt jetzt gerade wieder ein Schiff vorbei. Großes Tankschiff. Die Scaletta. Das muss es ja natürlich... Filmen. Toilette 0,37, 0,31. Was hast du getankt? Öl wahrscheinlich oder sowas. Die? Kommt immer näher ran. Ja. Also mein Fahrrad aufpassen ist es eben gerade mal umgefallen. Weil ich... Ja. Ja. Noch ein bisschen mehr. Ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Hat mir auch mal gefällt. Gut. Hast ja wohl recht am eigenen Bild. Und es ist bei YouTube. Oh, ja. Mein Kanal. Wolfgang Martin. Oh, ja. 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 Und jetzt. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ich glaube schon noch nicht mal jetzt. Richtung Rewe. Wind weg. Kilometer für die Schiffe ist das hier so ein Nullpunkt anscheinend. Ja, warum steht da eigentlich eine Null drauf? Kann man auch kommunizieren. Alles klar. Danke mich für die Aufmerksamkeit.